Willkommen zurück zu Let's Play Nintendo Land Metroid Blast. Wir machen jetzt eins versus eins. So. Mit drei Essen. Bitte schön. Bitch please. Wir zocken jetzt gegen andere. Alle Stationen durch. Schaffen wir zwar nicht ganz in diesem Part. So natürlich alle Stationen einmal durchzocken. Ja aber nicht schaffen wir nicht in dem Part. Garantiert nicht. Mal gucken. Da ist er. Ach scheiße. Ja ich hab's gesehen. Ich hab's. 1.0 to me baby. Ich hab gewonnen. Das hat nicht mal 50 Sekunden gedauert. Nur. Okay dann. Bin ich gut oder was? 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 Jetzt hab ich den nie eh. Jetzt hab ich den nie eh. Ja ist gut. Okay egal. Zweites Stage. Rocken wir die Bule ey. Das war schon mal ganz schnell fällig gemacht. Drei Herzen. Der Final Fight ist dann immer mit 6 Herzen jeweils los. So jetzt muss ich nur noch dieses Scheißschild hier aufrufen. Ah da hinten. Ja da kann ich mal drauf halten. Ich weiß jetzt nicht wo er ist. Sie holen halt. Ah da hinten. Ah shit. Was ist denn das für ein Spaß? Nicht du ich meine jetzt. Ah kacke kacke kacke. Komm hier komm her. Oh der nervt so. Aber alter. Na oh. Dreck. 1 1 1. Ja. Ah. Warte gehts. Freude Stage. 4 sind 5 Stage und das passt also gut mit der Nummer Dings hier. So. Schieße deine Feinde an. Ah're. Is mit mir ist aufgefallen stimmt das ja. arias auf großen Wälder es bisher noch nicht geht. Ah der Mist. Mann diese Zeitchen voll scheiße Ah, nein, nein, what the fuck? Scheiße, ja, der da. Nein! Boom, baby! Voll in der Narbe gewescht, ne Mann. Also, das schaffen wir doch noch locker. Ich dachte, äh, ja. Geht mir so länger. Hab's gedacht. Wir haben ein paar Schritte an. Weiter geht's. So, weiter geht's. Wie gesagt. Quatsch 2, 1 steht's ja jetzt. Ja, vielleicht. Ja. Ja, okay. Jetzt muss ich wieder mit dem Punkt kommen. Wirst du eigentlich. Na doch. Oh! Ich kann nicht wissen. Ach, du Kacko. Was ist das? Nee, jetzt fällt drunter. Scheiße. Scheiße, scheiße. Stop, 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 stop. Ja. Sprechen. Nein! Du importet er sich mit dem Importen. Hey, fuck, wo bist du jetzt? Da bist du. Nein, du Arsch. Das ist sicher, wie du dich jetzt nur noch fährst. Ich hätte noch einiges. Ich hätte nur noch ein wenig. Da bist du. Also du korbst. Ich geh ja hinter dieses Ding um, oder was. Ja kackig, wenn ich nicht was machen soll, das ist hier relativ schlecht. Nein! Fuck! Scheiße, jetzt hab ich hier null Kontrolle mehr. Ja kackig, jetzt steht der wieder, das ist so richtig dreckig, Alter. Scheiße, ich fühl mich so, ich... Fuck! Ah ja! Mach das! Ach, ja! Oh, oh, hier ist doch... Ach ja, ja, also hier ist das Ding. Das ist ein Ding! Okay, das ist unentschieden. Ich dachte, da war ja noch diese Plattform modell jetzt. Das ist ein komisches... What is the... Final Fight? Okay, ne, jetzt schaffst du... Final Fight jetzt mit sechs Leben, okay? Nicht vergessen, Lena hat jetzt sechs Leben. Damit ist es ein bisschen spannender gemacht. Beziehungsweise jeder hat seinen Maximum und den es ausfüllen kann. Also viel wie... Ich hab nur zwölf und du sechs. Okay, ne, ich hab auch sechs. Sonst wär's ja ein bisschen unfair, weil der kann nur sechs ausfüllen. Aber in diesem Moment find ich eigentlich nicht so drauf. Diese scheiß Wassermelchen, oder was ich sagen soll, oder Eis... Eishöhle ist das. Das sieht so... Wassermelchen aus, oder nicht. Find ich persönlich. Eingefrorenes Wasser vielleicht. Ja. Ja, aber den kann man sich ja nicht bewegen, ne? Ey, halt, stopp! Ja. Ey, halt, stopp! So... Nein! Ach, nein! Ah... Ah, der wird ein bisschen... Dann Feed'n. Ach, er ist ... g'wirl ... Wir sind nicht pixelverlässig. Ich kann mich nicht Fakeicion aus calculationsgeladen können. Okay! Nein! Uh! Oh ja! Taaahhhhhhhh Wie könnte er eigentlich auch... Voll die Werbung und die Werbung und die Werbung und die Werbung. Flücht, 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 Flücht Power. Was ist denn hier jetzt, der Tum? Und Trum? Uh! Ich hab gesehen, dass du noch nie mal gesehen hast. da bist du warte shit hey man ich darf mich verkacken nein ja shit nein nein oh Leute wenn es euch das kurze leider kurze Video gefallen hat gebt einen Daumen hoch favorisiert es ja und bis zum nächsten Mal what does the fox say bis dann und ciao ciao ok sorry Leute wir haben uns entschieden nochmal ähm mit Gegner nochmal ein bisschen zu zocken mit Gegner so machen wir nochmal die Stage weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit und deswegen 8 Minuten da können wir vielleicht und ein paar stage schaffen mit Gegner 6 oder 3 ja dann nehmen wir aber 4 und das ist 14 bei den und mit 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 es ist es geht ja gar nicht, die gehen auf mich und jetzt kommt auch noch er und ich bin hier voll in Panik und ich, ach nur, die Metroils, meine Kinder oder auch nicht ja, nee, das ist ein Fail, ey, wenn das so abgeht oh, scheiße, nur fast tot und die Metroils, rein mich jetzt auch nicht jetzt soll nicht mehr auf dich gehen, ey wir haben sie, wir sind selber nicht einfach kann ich auch hoffen, da sind die dran oh, ey, ach da bist du, kacke, kacke, oh, nee, ja, nee, Schutzschild, ne? ja, Gott, Schutzschild meister auf dem das ist, fuck jetzt haben wir uns wieder in den Unentschieden gehandelt und weiter geht's mit der Welt rum ich muss gucken, ne? ich guck den don't auf meine ㅋㅋㅋㅋ ich guck den don't auf meine Wäsche hochbecken ich seh grad, der Gegner in Eis Ridley Guck dir mal den Gegner an der ist ganz schön Oh, holy sh** Ey, der verrückt ja voll, wo ich bin, ey. Zum Dreck. Ah, ich hab dich getroffen. Aber, ja. Wir haben uns weiter getroffen. Hull dir gerne in den Sack und man kann ihn nicht mehr besiegen. Alter, man kann ihn nicht mehr besiegen. Boah, ich hab ja keine Frucht, ey. Das ist ja... Scheiße, das ist ja... Scheiße! Nein, 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 tu auf! Die Wurste an sich. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Alter, ich wollt grad sagen, wir moeten auf. Nein. Wieso schießt du so sehr gut da oben? Nein. Okay, ein Battle schaffen wir noch. Also ein Battle auf jeden Fall. Wenn er jetzt schnell vorangeht, könnten wir auch noch eins schaffen. Hoffentlich kommt das Crate. Das wäre für mich nämlich, glaube ich, gut, weil ich mich juckt. Tatsächlich! Crate in der Final Form! Also manchmal betreiben die Sagen. Ich meine Stage 1, Metroid, okay. Steht 2, Eisriddle. Übertrieben. Scheiße, das ist wirklich fahrzeugwürdig. Naja, gut, auch einen leichten Abfall. Aber ich kann mich in den Kissen verstecken. Nein! Nein, ja, ja. Avery schießt irgendwie gar nicht seinen Laser. Er hat irgendwie gar keinen Bock. Steht da einfach nur rum. Hehehe, Avery ist nur Gelände. Spiel, Spiele, Kinder. Für Kinder gibt es Spielgelände. Ich wusste, dass da was kommt. Nein! Okay, wir schaffen noch eins. Das war gut, ne? Das war gut, ne? Aber Rally war wirklich nur als Spielzeuggelände. Da hat er gar nicht, gar nicht geschossen und so. Jetzt kommen wahrscheinlich nur diese fliegenden Eis-Gedöns-Teile und diese Augen. Ja, stimmt, die kommen. Das haben wir nämlich schon. Oder diese fliegenden... Ja, ja, diese fliegenden Augen oder was ist das denn? Ja, die fliegenden Eis auf jeden Fall. Mit den Tornados. Ja, ja. Ich glaub, eigentlich was war das. Ja, auch die von dir, ne? Deine fliegenden Eis auf jeden Fall. Und die Augen-Ais, ne? Ich hab gedacht, die, die würden jetzt nicht zu fassen. Weil ja da die Busparade waren. Aber das ist aber, ne? Ja, klar, jetzt musst du nur noch mich finden, ne? Ja, klar, jetzt musst du nur noch mich finden, ne? Ich bin nicht am Arsch. Ha! 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 Ja. Scheiße! Ja, baby! Scheiße. Warum nicht so das gehtier Alice? лаホä, es ist total Loza- understander Das zu warum du dich weg hast! Scheiße, baby Freud! Nein! Scheiße! Ihr es hat doch so Dreckig, ey! Es ist so Dreckig, ey! Sie sind Dreckig mit den Mitorn, ey! Nö Ö! Scheiße, mitch trott! Ich weinNa hinein und wein Wiederseite von zu! Ja! Wir können euch ja wenigstens zeigen, was für Gegner darauf in der Stage da sind zu zählen. Weiß ich nicht jetzt. 6 jetzt oder 3? 3, sonst dauert es zu lange. Wir hätten noch eins machen können. Dann ging es schneller. Ja, gut. Nee, ich habe jetzt echt keinen Bock auf die Pist. Okay, fliegende Eis-Azis sind es. Ich guck mir das. Also jede Eis-Azis würde nehmen fast. Okay. Das ist so nervig. Das ist richtig gut, eigentlich nicht getan. Dann melden wir schnell. Oh, doch nicht. Okay, Leute. Drei, wenn nicht zwei oder so gewonnen. Jedenfalls hast du gewonnen. So, Leute. Bis zum nächsten Mal. Gebt dem Video einen Daumen hoch oder favorisiert es. Teilt es mit deinen Freunden. Gebt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.